Hallöchen liebe Leute, mein Name ist Sef und ich bin hier mit dem guten Dehner. Ich bin der Dehner. Hi. Ich bin gar nicht Dehner, das war ein Lüge. Verklickt vielleicht. Ja, jetzt musst du das Video trotzdem leider bis zu Ende gucken. Ihr hattet mehr Bock auf VR und wir haben uns was sehr, sehr Geiles überlegt. Und zwar werden wir jetzt eine ganze Reihe an ziemlich lustigen Minigames für euch spielen. Vielen lieben Dank für euren Support, Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, mehr von diesem Format zu sehen, dann checkt mal unten den Link in der Videobeschreibung aus. Das unterstützt mich, das unterstützt Oculus. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir spielen jetzt auf jeden Fall hier Loco Dojo. Das sieht verdammt witzig aus. Wir wissen überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Aber wir werden sicherlich eine Menge Spaß haben. Let's go! Wir gehen! Oh mein Gott. Attackenaut, spin the wheel when it's your turn. Compete with Ravel. Wir müssen die Trials schaffen, das machen wir doch. Ja, ja. Also ich schaffe das. Also ich. Also du nicht. Oh, 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 oh. Bist du bereit? Bist du bereit? Ja? Drehst du das jetzt? Ja, go. Super, klasse! Das ist eine 4! Eine 4! Was ist die 4? Ich weiß hier auch nicht. Was machen wir hier eigentlich? Huch! Nein! Oh, ich hab's kaputt gemacht. Oh mein Gott. Was müssen wir machen? Crab Patch. Feel your boat with healthy fish. Healthy fish. Okay, okay, okay. Fische fangen. Ich hab keinen Ahnung, wie das funktioniert. Sehr gut. Nicht ins Wasser fangen. Oh mein Gott! What the fuck! Hilfe! Es gibt nicht mehr Erklärungen. Was musst du jetzt hier machen? Du musst die mal zur Luft fahren? Ja! Jesus Christ! Ich will das mit einem Einen nicht mehr zu fangen. Passt die weg! Oh mein Gott! Ich schreffe dich! Sieht die goldenen Mehrwert, also? Wo, 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 wo? Gibt's irgendeine Zeit? Volle Übersicht! Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich hau die die ganze Zeit wieder raus. Ich glaube, bis jemand 100 Punkte hat. Okay, dein sieht ein bisschen voller aus. Dein sieht bei mir viel voller aus. Yes! Ah, verdammt! Oh, ich krieg ne Regenwolke! Ja, Leute, das war's mit dem Video. Dankeschön fürs Einschalten. Oh, 26.1. Das ist ziemlich knapp. Ja, krass. Ich hab verdienterweise doppelte Punkte bekommen, wie du, weil ich drei mehr hatte. Ja, ja, das ist schon alles fair balanced hier. Ja, warte, warte, warte. Mit Schmackes! Ja, da sieht man ja, wer hier drauf hat, nicht wahr? Ist meine beste Disziplin, das weißt du. Oh mein Gott. Ah, schleudern! Oh mein Gott. Oh, also? Stuss, du warst. Ja, let's go. Oh mein Gott! Was, was, was? Ey, ist das ne Bombe? Ich muss auf die Zunge treffen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich schieß einfach. Muss ich auf die... Achso, keine Bombenbohnen hin. Auf dich! Ich schieß auf dich! Schön Mund aufmachen, Baby. Schön Mund auf. Ich hab fast auf dich geflogen, Alter. Ich glaub, es gewinnst du. Nein! Ich bin nicht. Oh, Alter. Böhm, in deine Fresse. So, hast du jetzt... Ey, wer hat's gedacht? Ich bin doch der Schleuderexperte. Hä, ich hatte null Punkte? Ah, ah, ah. Ja, komm, wir spielen noch mal Fische fangen. Oh, ich hab ein... Ne, wir haben beide ein gelbes. Wie viel Punkte hast du? Ich hab 18, du auch, ne? 18, ja, genau. Let's go. Ey, es macht voll Bock. Es macht richtig Spaß. Ja. Ach, den Schwarzen müssen wir kriegen. Dann kriegen wir Einlass in seinem Tempel. Gut, dass du mal wieder zugehört hast. Ja, ja, das ist... Dafür hab ich dich. Siehste? Oh, Alter. Oh, was? Ach, du, das ist ja unglaublich hart schwer. Was sollen wir machen? Du kannst die Dinger vor dir steuern und damit die Säge so ein bisschen bewegen. Aber es ist unnormal schwer. Und dann? Wo muss die hin? Weiß ich nicht. Warte, was steht da? Hä? Ne, warte, ich hab einen Schläger. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ich weiß nicht. Ach so. Warte mal. Hoch. Oh, ach so. Ach, du musst die machen bei mir. Ja, ja, warte, warte, warte. Alter, ich krieg nicht mehr Einzeln. Oh, ich treff die nicht. Nein, ich treff die nicht. Fucking hell, das ist hart. Fuck, ich bin zu doof dafür. Komm mal, los. Ja. Yes. Oh, smack the shit out of me. Oh, nein. Ja, okay. Mein Gott. Ich glaub, ich hab unnormal viel rum. Weißt du was? Hey. Nee, das sind bloß diese, diese... Ja, ja, ich glaub, es gibt mehr. Ich glaub, das sind bloß die Schritte, die deine Spielfigur geht. Okay. Ah, geil, geil. Wir müssen die Viecher zertreten, bevor sie unser Fug klauen. Unsere Holzburger, Alter. Weil du echt bist. Das hast du gar nicht verdient. Oh, geil. Alter. Das. Das ist der komischste Viecher-Porno. Steh ich drauf. Alter, das ist voll einfach. Challenge me. Nein. 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 Hilfe. Es sind zu viele. Es sind viel zu viele. Ich mag gar keine Birnen. Hilfe. Nein, ich hab hier. Oh, mein Gott. Ich hab mir einen Burger geklaut. Die Wichser. Oh, ja. Sorry. Sorry für diese sehr, sehr dezibel starke Äußerung. Meinerseits kommt nicht wieder vor, Verspreche. War eine Lüge. Oh, Gott. Oh, Gott. Grab Food Items und Checkdams, bitte. Okay, wir müssen das Essen da rein. Alles klar. Ah, okay. Wie denn? Hey, wie? Alles übel schwer. Wie denn? Ruf die her. Weiß ich nicht. Wo denn hin? Ich hab die oben gebracht. Komm her. Ach so, die Schweine muss ich. Komm her. Komm her. Was ist das für eine Brissie? Und jetzt? Komm her. Rüschte da rein und dann? Rüschst du mir. Komm her. Nein, du kommst her, du Schwein. Komm her. Ich komm nicht mehr ran. Nein, ich hab das Geilgegegeserf. Komm her. Also, ich hab nur ein, zwei hab ich alles klar. Ich komm da nicht ran. Ich komm hier nicht ran. Ich komm hier nicht weiter. Ah, es muss erst radern. Es muss radern, Leute. Oh, ich dachte, es ist wieder das Gleiche. Schade. Pickbridge. Oh, mein Gott. Guck mal an hier runter. Yes. Nein, nicht in den Zeh, du fettes. Nein. Raus, raus hier. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Es ist exakt die richtige Höhe erwischt. Es kann doch nicht immer... Nein, du bist doch ein... Komm jetzt. Oh, es steht, es steht wieder. Es steht. Das kommt nochmal zurück. Das kommt nochmal zurück. Deutschland hätte das gebraucht in der WM. Oh, es ist meint. Mit Vegetarier, wenn du gewinnst. Los. Fucking hell. Wir haben einen Leitenschlag auf den Sch... Nein, wirklich. Ich war so nah. Ich war close. Ey, ich hab gewonnen, siehst du? Nee, warum ist das denn so? Du kannst halt keine Schweine reiten. Oh, nein. Nein. Oh, mein Gott. Oh, verdammt. Komm, wir haben das geübt. Ich weiß nicht, ob es das Punkte gibt. Nein. Hast du überhaupt schon einen drin? Ich hab keine Ahnung. Du musst auf die Zunge schießen. Ja, aber ich flieg entweder komplett rüber oder komplett runter. Wie kann... Kann man so schlecht sein? Oh, was ist das? Fuck. Hab ich gewonnen? Ey. Okay, drei. Was heißt? Hier, Kette, Pult, bitte. Schade. Ach, sieht aber auch lustig... Oh Gott, das... Nee, das sieht nicht lustig aus. Das glaub ich dir sogar. Ja. Oh, nee. Okay. Okay. Was? Oh, was? Alter! Warum denn? Weil du Pussy bist. Nein. Ey, das ist so schwer, dass du spielen. Oh. Du bist so kacke, oder? Oh, dein Problem ist so kacke. Der Lärmert. Huuu. Oh, passt, Alter. Was? Habe ich selbst kaputtgeschlagen? Nein. Ey, ist so schwer mit dem... Ja, ja, das ist übelst schwer. Oh, verdammt. Oh, ein goldenes. Nein! Ja, geh rein! Komm, komm, komm! Das darfst du nicht mehr! Gewonnen! Das war aber ein geiles Spiel, das war voll geil. 72 auch. Oh shit, Alter. Das ist immer die Gleichpunkte, oder? Oder ist das unser Counter? Ich weiß gar nicht. Ne, ne, man kriegt 6 für den zweiten Platz und 12 für den ersten Platz. Ach so, war das so ausgeglichen? Ja, wir haben irgendwann gleichauf gewonnen. Komisch. Oh nein! Gib mir die Banane! Du hast meine Banane, du Schwein! Lass das alles da! Heeeey! Ich verliere doch mal die Binde von deinem scheiß Ding runter. Ist okay für Warrior, Alter. Das Spiel hat doch keine Ahnung. Ich muss nicht mehr gewinnen, ne? Wie viel Punkte hast du? Ja, ja, ja. Drei. Okay, das heißt, ich muss zweimal gewinnen. Komm, Catapult. Oh nein, Gott. Wir wissen ja, wer hier der Gemüseexperte ist, ne? Oh, Alter. Throw Javelins to pin food to the giant cactus. Throw Javelins. Und, hä? Oh mein Gott! Ach du Scheiße. Oh, Alter! Alter, das ist hart. Oh mein Gott. Fuck. Yes! Nein, ich hab sie übel schräg. Alter, ich... Oh, fast. Ich kann das nicht. Fuck, kann das nicht. Kannst du gar nicht gerade werfen. Ich kann das nicht. Oh. Triff doch was. Nein! Komm her jetzt. Es geht nicht. Ich kann nicht mehr nehmen. Hier oben. Komm. Oh, eins noch. Nein. Nein! Nein! Ich weiß nicht, wie viel ich hab. Drei. Ja! Verdammt, normal. Thanks, Mann, Alter. Wer jetzt verliert, muss seinen YouTube-Kanal lösen. Ich wills eigentlich auch gar nicht sehen. Wetten, jetzt kommt das mit den Käfern schon wieder? Vier. Oh mein Gott. Oh nein, was haben wir noch nie? Totem Moles? Vielleicht so whack-a-moles. Ja, ja, glaub ich auch. So mit dem Hammer oder so. Okay. Was müssen wir tun? Oh mein Gott. Okay. What? Mach, mach, mach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fett die einfach nicht. Ich fett die einfach nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum Minus? Versteh das nicht. Achso, man muss sich aufeinander stecken. Ist das gut? Komm her. Ich habe gerade noch mal minus zwei, weil ich an dem einen gewackelt habe. Ach, ich habe hier noch einen. Grab die Lusch, bitte sofort deinen Kanal. Ich habe einen goldenen. Ich habe einen goldenen Mode. Spiel wir jetzt nochmal? Ne, ich muss nochmal drehen. Ey, wir sind noch gar nicht fertig. Wir sind noch gar nicht fertig hier. Oh, mein Gott. Warum flutschen die manchmal so durch die Finger? Nein. Oh, Gott. Nein, ich bin weg da. Boah. Oh, ich habe wieder ins Menü. Oh, ich muss das aufgeben, Mann. Fuck. Yes. Oh, Alter, die fallen. Komm, da rein, du. Jawohl. Das ist übelst schwer. Weg mit dir. Weg mit dir. Nein, weg, nein. Ich habe übelst die Tryhard-Mode. Oh. Zähl noch, zähl noch. Zähl noch. Was? Witz. Ich habe traurigerweise den letzten Gewiss des Spielers genommen. 108er mit beiden. Ja, ja, ich glaube. Meine Socken machen auch eine echt gute Performance. Geil. So, warte, vier? Enter the Temple. Da, 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 Black Hatvent, Garnt Sensei. Da, 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 da. Would you like to go there now? Yes. Ich bin schon mal da. Also, falls du irgendwann in drei Jahren mal nachkommst, dann sag mir Bescheid. Ich und der Sensei warten dann schon auf dich. Okay. Victory is night. You've reached a temple trial during the whole tournament. Jetzt gibt es irgendwie ein finales Spiel? Oh, nein. Fill your bucket with apples? Fill your bucket with apples. What the heck? Warte, 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 warte. Oh mein Gott, ist das schwer. Ich rall's nicht. Ich habe mir jetzt einen Apfel. Wo muss der hin? Ist das jetzt mein Schwein? Hä? Ach so, er hat eine andere Aufgabe gekriegt. Ja, weiß ich doch nicht. Das sehe ich doch nicht. Das ist übelst schwer. Das ist übelst schwer. Alter, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich krieg das nicht hin, die Steuerung. Wo muss das denn jetzt hin? Wo ist denn der Bucket? Wo ist der scheiß Bucket? Ich glaube, direkt vor dir. Das ist doch kein Bucket. Und jetzt sind wir, da haben wir trotzdem Gleichstand, oder? Hm. Ich habe jetzt 114. Ich habe 120. Hä? Jetzt ist es wahrscheinlich dann irgendwie die finale Runde, oder? This is it. Oh mein Gott. Ach, das ist das Finalspiel. Fancy another trial. Nee. Of course you do. Battle's the next. Oh no. Ich muss schon wieder hier irgendwas remote controlen. Direct your car to catch the fighting burgers. Okay. Alter, das ist sau schwer. Wo kommt der Burger? Ah, da. Fuck, ist das hart. Fuck, ist das hart. Wo denn? In der Luft. Hä? Ja, ein. Die Steuerung ist übel schwer. Ja, bei mir aber auch, Mann. Dieser Winkel ist so räudig. Ja. Ja, toll. Minus vier Punkte. Oh, komm. Warum? Ich weiß nicht, ob ich gewonnen habe. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe gewonnen scheinbar. Hey, wir haben beide? Gleichstand? What? What? What, 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 what? Ich glaube, es gab eine Geschichte von dem Spiel, noch nie so ein Spielstand. Nee, nee. Damit haben die selber noch nicht gerechnet. Das müsste jetzt crashen. Ja, ja. Der Sensei wird schwer verwirrt sein. Ja. Fingst your eyes. Dein Zwirbelbart erhebt sich in die Lüfte. Ich bin so hart. Oh, nü? Ja, ich weiß nicht, ey. Du müsstest jetzt aber mehr Endstand haben. Dann hättest du gewonnen. Und nü? Ja, nein, ja, ja. Ich weiß nicht, aber normalerweise du laut der Rechnung. Ja, 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 weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie ich aussehe. Ah, doch, du hast gewonnen. Ja, alles klar. War klar. Du machst du. So, Leute, das war LocoDojo. Das war super knapp. Es hat uns mega Spaß gemacht, Freunde. Könnt ihr selber gerne mal ausprobieren. Und für weitere Infos über Oculus Rift, checkt mal unten den Link in der Beschreibung ab. Supportet mich, supportet Oculus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dankeschön und ciao.